Okay, wo sollen wir als nächstes hin, äh, wir gehen hier nach links. Hm, na, da sind die. Haben bestimmt schon einiges geklaut. Und da hat der Vergangenheitswahl noch was übersehen. Ja, ist ja ganz toll. Hm, okay, hier ist keiner mehr, schade, komm schon, ich will mehr Punkte. Mehr Punkte, los, geil, danke schön, tschüss, also war nett, so. Ich glaube, Chani ist ganz verschollen. Hm, okay, noch ein Wildschwein. Komm ran. So, tschüss und tschüss. Gut. Ah, wir sind heilen. Nur weil Chani nicht da ist. Na toll. Okay, das haben wir gut. Na, keine Ahnung, wo hier die dritte Kiste ist. Das habe ich vergessen. Hm. Oh, interessant ausgewichen. Das war auch interessant, ohne das nicht. Tschüss. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Hm. Da ist hier noch einer. Hm. Da. Noch ein paar Affen. Schön. Nein. So, sterb. Nein. Nein. Hm. Ah, Tüadür. Na warte. Schnauze jetzt. Tschüss. So. Wo sollen wir hin? Ah, ich habe es doch geahnt. Das war das Gebiet mit dem Yakuwa. Und da hatte ich gehofft, dass hier ein neuer auftaucht. Na, Tüad ist nicht ausgewichen. Na, warte, du Stück Dreck. Komm ran. Na, das sind Scheiss. Ach, du Scheisse. Jetzt will ich verarschen. Nun, weil Scharni nicht da ist. Verdammte Scheisse. Ja, die Gegner greifen so komisch an. Ach, okay, weißt du was. Was ist mir zu blöd mit der Erkältung, mit dem Erkältungsworn? Und dem heißen Worn? Wir machen jetzt hier Schluss. Es ist halt echt schlimm. Und Scharni, keine Ahnung, wo sie ist. Toll. Okay, soll das sicher auch der Zukunftsworn machen? Der, wieder der Erkältungsworn? Noch der Heisser geworden ist. Ich hoffe, der Sommer geht bald um. Das ist so hätzend. Na, dann bis zum nächsten Mal. Schau. So, okay, dann gehe ich gleich zurück. Ja, wir kommen zurück zu Riesen 2. Ja, toll. Hm, ist gerade wieder ungewohnt. Ja, hatte jetzt eine Woche Hitze frei. Weil, durchgehend, 30 Grad war draußen. Und hier im Zimmer halt. Noch mehr. Das war halt zu anstrengend, zu nervig. Um aufzunehmen. Und irgendwie habe ich ein Déjà-vu. An dieser Stelle hier. Als hätten wir das schon mal gemacht. Okay, ja. Und wo Patty ist, keine Ahnung. Oder nein, wir hatten Scharni. Stimmt. Scharni ist ja dabei. Okay. Dann muss ich wieder zurückerinnern. Was war vor einer Woche passiert? Äh. Ja, dies und das. Aber jetzt erst mal das hier. Stimmt. Wir müssen den da töten. Ohne, dass wir hier drauf gehen. Hui. Ja, wird sie mir das versuchen. Ja, natürlich so ein komischer Ansturm. Ist gar kein Problem. So, na, nimm das. Nee. Tschüss. Na, geht doch. War mir nicht gleich so. Okay, was machen wir nochmal hier? Stimmt. Ich glaube, äh. Zuerst nochmal vorbeischauen, wie die reagieren. Stimmt. Das war der Plan. Das wollte der Vergangenheitswohnen. Wir wollten schauen, wie die hier reagieren. Wenn wir zurückkehren. Und ja, das war jetzt mehr langweiliger als gedacht. Wie die reagiert haben, okay. Und ich muss mal Scharni suchen. Wo ist sie denn hier verloren gegangen? Na, ist ja ganz so. Ah, da bist du. Da wird auch Zeit. Aber stimmt auch die Hitze nicht mehr ertragen. Und hat sich hier versteckt. Im Schatten. Ah, es war echt zu anstrengend. Oh, le shit. Aber jetzt ist es wieder kühler. Sehr dankenehm. Okay. Gut. Und dann habe ich gesehen, äh. Hier sind die Fiecher neu gespawnt. Zumindest 80% der Fiecher hier. Und ich nehme allein, das ist extra so vom Spiel. Na, genau. Auf was man hier neues Zeug lernen kann. Und zwar Alchemie. Aus dem Nichts. Das kommt wahrscheinlich erst dann, wenn man die Insel hier verlassen hat mit dem Schiff. Wenn man das Schiff geklaut hat, dann erst kommt das hier, diese Lektion. Was eigentlich totaler Bullshit ist. Denn aus rein logischer Sicht. Äh, wäre es total selbstmörderisch hierhin zurückzukehren. Da die Inquisition sauer ist. Und... Schani wurde ja hier verbannt. Und wenn wir dann hier wieder auftauchen, dann würden alle auf uns losgehen. Rein theoretisch. Hm. Und wir hätten hier eh nichts mehr zu tun. So, auch in diesem Stamm nicht. Es gäbe keinen Grund zurückzukehren. Aber trotzdem will die auf einmal uns Alchemie beibringen. Außer dem Nichts. Schon irgendwann ein bisschen komisch gedacht. Oder überdacht. Aber naja. Naja. Hauptsache wir können diesen Typen da nochmal sehen. Na jojo. Yolo yolo. Geh. Yala yala. Ja wir gehen. Okay. Tschüss. Ja und die sind auch immer noch hier. Das ist auch total komisch. Warum sind diese zwei Typen immer noch hier? Als ob die Entwickler sie vergessen hätten. So sehen die aus. Das macht keinen Sinn. Nach der Sache mit Grau. Dass die hier immer noch rumhängen dürfen. Das macht keinen Sinn. Aber okay. Macht ihr mal. Nein ich glaube echt die wurden vergessen. Hm. So Alchemie. Zeig mir die Alchemie. Was können wir jetzt lernen? Futterrituale. Ja ne. Die Flüche und so weiter sehr unwichtig. Hm. Zeig mir wie man Tränke baut. Wenn du willst dass deine Tränke stark sind. Und musst du wissen wie du die Kraft aus den Pflanzen holst. Hm. Das ist von Pflanze zu Pflanze anders. Ach was. Und wie lange du sie kochen darfst. Ob sie zerhackt oder gerupft werden müssen. Das alles ist wichtig. Hm. Dann brauche ich wohl ein Rezept. Hm. Ja. Nur so kannst du Tränke brauen. Nein Kochrezept. Dann so funktioniert Alchemie. Genau. Hast du fein erklärt. Okay das ist ja schön. Okay aber warte mal. Voodoo Ritual. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was genau das für ein Talent ist. Was genau macht das denn? Hm. Äh hier. Ritual. Fähigkeiten kannst du lernen. Blablabla. Okay aber es wird nicht erklärt was genau das ist. Was für Rituale denn. Was kann ich da tun. Kann ich hier Dämonen beschwören. Oder. Äh mit Geistern reden. Was kann ich da tun. Und Totenkult. Auch keine Ahnung was es sein soll. Schwarze Magie okay. Kann auch keine Ahnung. Hm. Was genau uns das jetzt hier weiter bringt. Denn äh das mit der Voodoo Puppe und andere Kontrolleon ist eher. Äh. Na wie soll ich sagen storybedingt. Optional. Ach mir fällt das Wort nicht rein. Aber halt in diese Richtung. Es gehört nicht wirklich hier zu diesem dazu. Und es geht auch nur an bestimmten Stellen. Hm. Okay und wir brauchen ja noch Rezepte. Lass uns handeln. Ist jetzt die grosse Frage wo bekommen wir das. Die Rezepte für die Tränke. Ich nehme mal an es geht hier um. Die permanenten Tränke. Ich glaube es geht nur darum. Einzig und allein. Äh was soll ich jetzt schauen. Ach stimmt. Äh die Pflanzen wollte ich anschauen. Wir haben hier Schwerthorn. Das da. Scharfblick. Heldenkraut. Okay. Mhm. Also eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Fünf Tränke wahrscheinlich. Eins war jede Fähigkeit. Okay ja macht Sinn. Okay. Aber da haben wir jetzt hier keins aufgesammelt. Am permanenten Tränken. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Okay nee. Wäre das sein können. Dass ich es so gelutet habe. Ohne es zu merken. Hm. Okay dann vielleicht die in Antigua. Was könnte es sein dass sie es jetzt hat. Ansonsten keine Ahnung wo man hier die Tränke bekommt. Also äh das Rezept. Hm. Ist das auch die grosse Frage. Okay. Äh. Okay die kann nur beibringen. Die hat nix. Der da kann nix. Hast du es vielleicht. Obwohl ich bezweifle es. Aber trotzdem mal nachschauen. Ulele. Da Ulele Handeln. Hm. Okay okay okay. Hm 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 hm. Oh. Ach die hat das. Okay das macht für mich jetzt kein Sinn. Weil sie kein Shaganumbi ist. Aber na okay was auch immer. Einfach nicht hinterfragen. Warum sie die Rezepte hat. Und nicht die Priesterin da. Okay. Für das Brauen von Narrensaft. Ja geil. Das da. Trank des Diebes. Hm. Okay. Ist das ja permanent. Nee glaube ich eher weniger. Aber das ist genau das. Das was ich eigentlich wollte. Stimmt. Ich wollte eigentlich diesen Trank da. Das wollte ich äh. Genau. Denn wir haben da noch so einige Truhen. Und uns fehlen fünf Punkte dafür. Für Geistessenz. Na nehm ich mal mit. Ritualtrank. Ein Ohr. Nehm ich auch mit. Überzeugungstrank. Nehm ich auch mit. Okay. Aber da weiß nur. Schade. Schwarze Magie. Okay. Und dass wir das hier. Stimmt. Okay. Aber das war jetzt nur ein permanenter Rezept. Ding. Okay. Dann müssen wir wohl nach Antigua. Und Sam da hinten. Glaube ich nicht dass er das hat. Okay. Okay. Dann würde ich sagen bevor wir hier zurück gehen. Noch einmal kurz hier und da. Ja genau. Hier und da noch ein bisschen die Gegend abchecken. Neue Viecher tötende. Wir brauchen die Punkte. Und den Loot. Wenn die schon mal hier sind. Neu gespawnt. Gleich mal nutzen. Denn wir müssen da noch so viel. Skillen. Da fehlt noch so viel. So viel. Okay. Aber ich habe mir jetzt auch überlegt. Dass ich jetzt hier nicht alles voll machen werde. Denn ich glaube 10 ist das Maximum. Und ich schätze bei 20 legendären Gegenständen. Was hier immer wieder was bringt. Kann es sein dass je zwei davon. Äh. Ja. Bei legendären Gegenständen zur Verfügung steht. Sobald wir es eingesammelt haben. Und deswegen würde ich das jetzt nicht voll machen. Kann man es auch vielleicht noch ein bisschen sparen. So. Na wir sitzen hier aus. Hm. Da habe ich ihr ja nicht komplett erforscht und gelootet. Wo bist du denn? Was macht ihr denn hier? Huch. Okay. Was soll die Scheiße denn? Was soll die Scheiße denn? Huch. 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 Natürlich können sie das einfach so blocken. Huch. 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 Keine Ahnung was hier abgeht. Danke für die Heilung. Das ist aber nett. Und lass den Scheiß. No. No. So stirb. Ja genau. Okay. Was ist mit denen los? Hä? Was machen die hier? Warum greifen die uns an? Hm. Und den kann man nicht looten. Schade. Auch keiner will ihn wegräumen. Ist auch komisch. Okay. Hä? Warum greifen uns jetzt hier die Krieger an? Die Zombie-Krieger? Was soll das? Was soll das denn? Hui. Ha. Ha. Hui. Ha. Ha. Schade. Ich habe das Timing verpasst. Ja. Mische nicht rein. Als Maul. Autsch. Ha. Timing ist wichtig. Wie bei Video 1. Die Timing-Sache hier mit dem Angriff. So. Okay. Ja. Den Tempel haben wir eigentlich schon gelootet. Aber da jetzt ja auch neue Gegner sind. Schauen wir mal nach. Wir brauchen die Punkte. Tü. 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 Mal schauen, ob sich hier was geändert hat. Hm. Ob hier noch ein Gegner reingeschlichen ist. Hm. Okay. Ansonsten. Äh. Hätten wir auf Antigua noch zu tun? Äh. Was genau? Stimmt. Äh. Die rechte Seite der Insel. Das müssen wir noch erforschen. Also Osten und Süden. Diesen Teil noch. Dann würde ich sagen, bevor wir das mit Slain weitermachen, würde ich schon gerne zuerst das DLC angehen. Denn das ist gerade interessant. Interessanter als das mit Slain. Und der läuft ja nicht davon. Aber das DLC schon. Und das ist echt interessant. Das mit dem Lufttempel und den Gargoyles. Da würde ich dann weitermachen. Sobald die Ablenkung hier vorbei ist. Okay. Mal schauen. Hm. Okay. Interessant. Angekettete Affen. Oder so. Tja. Na schön. Da ist hier und da noch ein paar Zeug. So. Schön. Habe ich jetzt auch mal eingesammelt. So. Die haben jahrelang darauf gewartet. Eingesammelt zu werden. Und da haben wir uns dann hier endlich gesehen. Und dann schlechter Vergangenheitsworn sich da so durch. Und dann beginnt das da. Und dann wird man wegteleportiert. Und die Pflanzen da so. Oh. Er nimmt uns doch nicht mit. Hm. Das ist echt traurig. Das traurige Leben eines Loots. Was nicht eingesammelt wurde. Vom Held. Übersehen wurde und so. Das ist echt traurig. Und tragisch. So. Es gibt so viel Leid auf der Welt. Okay. Beim Friedhof waren wir. Da. Okay. Es ist da drüben. Na schön. Sekunde. Dann gehen wir da vorne noch ein bisschen entlang. Weil ich glaube da waren. Waren wir noch nicht. Nochmal. Okay. Und dieser Scheiß da ist immer noch da. Hat auch noch keiner weggeräumt. Hm. Okay. Ja ne fuck. Gell interessant. Ist ja echt interessant. Ist ja echt interessant. Dass das immer noch da ist. Auch nachdem wir die Insel verlassen haben. Hat sich ja nicht gesettet. Lass das. Eben sie verarschen. Scheiß Vogelvieh. Scheiß Vogelvieh. Ja ein Dutzend Mal angreifen hintereinander. Ist gar kein Problem. Natürlich. Ah was für ein Scheiß. Wo ist ja noch ein Vieh. Boah ist ja noch eine Ablenkung. Ich will dich nicht umklatschen. Und dann weitermachen. Wir haben noch so viel zu tun. Ah da hinten ist ein Jaguar. Okay. Ich sehe ja noch etwas. Hm. Ah sieht nicht so aus. Okay noch ein Jaguar. Noch eine Ablenkung. Nein ist ja ganz toll. Hm. Dann komm mal ran. Und zwar schnell. Ah ist eine Makibere. Ah ich glaube ich ist wieder verarschen. Verarschungs Makibere. Nein. Nein. Aus. Böse Katze aus. Tschüss. So. Danke. Hm. Ja und wo hier noch eine Kiste war. Keine Ahnung. Hm. Aber jetzt hat auch komplett vergessen. Und die Woche. Pause hat es nicht besser gemacht. So. Na nimm das. Nimm das und stir. So. Ja genau. Ja die sind auch wieder da. So. Danke für den Loot. Danke für den Loot. Nene 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 nene. Du 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 du. Das stimmt und da müssen wir noch mal zurück. Denn ich glaube das mit dem Raum habe ich jetzt nicht gemacht. Also der vergangenen Zworn. Bis dahin gegangen hat es aber nicht gemacht. Glaube ich. Tja. Ah der vergangenen. Vergangenen Zworn. Ist auch unzuverlässig. Vergiss immer die halben Sachen und mach den Rest nicht. So. Ist echt toll. Du 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 du. Hui. Nee. Dam dam dam. Tschüss. So. Noch einmal 100 Punkte. Perfekt. Einmal schnell durchfegen und dann weiter. So. Noch einmal 100 Punkte. Geil. 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 Tschüss. Dankeschön. Ach nee. Tscharni. Komm ran. Nicht jetzt hier verloren gehen. Das wäre echt jetzt nicht. Hm. Okay. Ich glaube das war es hier. Es ist echt gruselig. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Schade. Da darf ich erstmal trinken. Hm. Also ich würde da jetzt nicht hier draussen rumstehen wenn ich durch wäre. Aber mach du mal. Ist ja deine Sache. Okay. Mal schauen. Gibt es hier und da noch ein paar Viecher? Ansonsten würde ich noch den Strand entlang gehen. Da wo wir damals gelandet sind. Und mit dem Schiff. Hm. Okay. Hm. Ich glaube hier ist nichts mehr. Und ich glaube hier gingen wir auch schon mal entlang. Okay. Hm. Das ist ein scheiß Wetter. Okay. Ist hier in der Höhle etwas. Ist da was Neues dazu gekommen? Lass mal sehen. Ach. Okay. Ich glaube hier war das. Und hier dachte ich würde Hawkins hingehen. Hat er aber nicht gemacht. Okay. Und die Kiste hier. Haben wir gut. Okay. Ich glaube hier hätten wir auch schon alles. Dann. Okay. Um es abzukürzen würde ich nur noch hier ein bisschen vorbeischauen. Und dann weggehen. Ah. Es ist immer noch eine Geltungszeit. Huch. Na was soll das denn? Okay. Hier sind noch Viecher. Gut. Ja. Huch. Toll. Wieder fett gefingert. Ganz toll. Hm. Ein Feiervogel. Schön. James Bond Feiervogel. Komm ran. Stirb. Oh. Nö. So. Tschüss. Okay. Wo gehen wir noch hin? Hm. Hm. Ah. Hier ist ein Sturm. Äh. Stahlpatzkrab. Hm. Ah. Schon ein trauriger Tod. Und da merkt man, dass Mara ein Feigling ist. So. Kann nur aus dem Hinterhalt angreifen und töten und dann haut die wieder ab. Und traut sich nicht mehr. Ah. Ist echt traurig für einen Titanenlord. Tja. Und wartet dann erstmal drauf, bis wir alle vier Waffen haben. Ist auch ziemlich schlau. Anstatt uns jetzt versuchen aufzuhalten, wo wir momentan nur eine Waffe haben. Eine Waffe haben. Eins von vier. Da könnten wir sie eigentlich nicht richtig verletzen. So wie ich die Story verstanden habe. Brauchen wir auch vier Waffen und nicht nur eine. Da brauchen wir alle vier. Um sie töten zu können. Und dann macht es durchaus Sinn. Erstmal zu warten, bis der Feind alles eingesammelt hat. Und der Stunt bekämpfen. Macht durchaus Sinn. Eine Rüsenkrabbe. Rüsenkrabbe. Geil. Jetzt können wir wieder treten. Das habe ich auch vermisst. Das Treten. 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 Eine Woche nicht mehr getreten. Ich hatte schon einen Entzug. So. Das ist echt schlimm. Scheiß Sommer. Wir haben diese verdammte Zwangspause. Wegen dem Wetter. Kannst du dich benehmen. Dünne. Hm. Da ging es nichts mehr. Ach ja, meine Stimme. Hm. Scheiß Sommererkältung. Tja. Ja, und eine Woche nicht aufzunehmen hat es nicht besser gemacht. Da ist meine Stimme jetzt noch mehr eingerostet. Okay, noch ein Feuervogel. Gut. Okay, aber das war's dann. Noch diesen Insta-Teil und dann will ich weitermachen. So. Dann müssen wir gehen. Ah, war der Vergangenheit geworden? Hat das hier auch übersehen? Das ist echt peinlich. Hm. Hm, hm, hm. Es donnert. Donner, 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 donner. Kein Donner, schnauze, tschüss. Oh, das ist ja nett. Okay, wir nehmen Jan immer mit. Für die Heilung. Das ist echt praktisch. Okay, das war's dann. Das war's hier. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Okay, lass mal sehen. Okay, auf der Schwertküste haben wir nichts mehr zu tun. Alles klar. Ja, das hier ist verpackt. Äh, stimmt. Da müssen wir jetzt nochmal zurück. Hm. Okay. Durminsel, aha. Und hier. Okay, Caldera. Okay. Caldera. Insel der Toten. Und Insel der Toten, okay. Alles klar. Nochmal zur Erinnerung. Na schön, gehen wir. Ja, äh. Zurück zum Schiff. Dankeschön. Okay, wir segeln. Los. Äh, hier. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Na, bloß weg hier. Zur... Dahin. So. Hacke, dann komm mal mit. Komm mit. Gut. Ja, komm mit. So, wie sieht's aus? Da haben wir immer noch, äh, 90. Okay, nee, äh, 85. Hm. Ja, hier haben wir noch zwei Drohnen. Stimmt. Hm. Näh, nee, nee, niemals. Außer von ihm. Äh, hier. Ja. Spencer braucht eine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. Na ja, ein Piraten-Nest ohne Rum ist kein richtiges Piraten-Nest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. Hm. Okay, sag ich ihm. Alles klar, dankeschön. Kannst du mir was beibringen? Was willst du denn wissen? Nein, kurz und schmerzlos. Das ist schön. Hm. Okay, besser einschüchtern. Hm. Schussverletzungen besser wegsticken. Nein, brauchen wir nicht. Die Gegner schiessen eh so selten. Hm. Okay, das hätten wir. Äh. Ich glaube, diese Truhe da oben haben wir jetzt. Das hat der Vergangenheitswohn gemacht, oder? Hat der das? Ja, hat der. Okay, tschüss. Ihr gibt das nichts für dich zu holen. Na, hast recht. Jetzt gibt es nichts mehr. Ist alles weg. Hm. Okay, wir haben gerissen heute. Acht. Geil, wir können die Papagei holen. Ich will mir gerade an, als ich ihn gesehen habe. Papagei. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Jetzt bin ich gespannt. Was bringt das? Zeig mir, wie ich Papageien benutzen kann. Ich habe die Biester abgerichtet, dass sie deinem Gegner ins Gesicht fliegen und ihn ablenken. Oh. Das funktioniert, solange du nicht unruhig wirst. Das überträgt sich sofort auf die Vögel und sie hören nicht mehr auf dein Kommando. Ruhig bleiben also. Genau. Ach, das ist alles. Papagei-Trainer. Ach man, sowas langweiliges. Okay, toll. Wer braucht denn hier schon Ablenkung im Kampf? Wer braucht das schon? Ach man, okay. Das ist ja sehr langweilig. Das ist ja richtig langweilig. Oder muss ich den hier ausrüsten? Ach, schmutzige Tricks. Ach man, wie langweilig ist das denn? Okay, deswegen habe ich das nie gemacht. Deswegen kam es mir so unbekannt vor. Es ist einfach unnötig. Na toll. Es war schön und nett, aber es passt nicht zu mir. Das mit Sand und so weiter, es passt nicht. Und deswegen habe ich das damals auch nicht gemacht, beim ersten Durchspielen. Und jetzt auch nicht. Ach, schade. Aber was für eine Enttäuschung. Was habe ich da gehört? Äh, keine Ahnung. Zeig mir deine Ware. Brauchst du Munition? Äh, nicht, aber was anderes. Aber ich habe keine Ahnung was. Oh. Ohoho. Hm. Hat dann hier mehr Nachladenzeit. Okay. Für die enorme Durchschlagskraft. Ohoho. Okay. 2000 wählst du. Hm. Jetzt haben wir ein paar getötet. Hm. Da haben wir eins. Was haben wir noch? Zu verkaufen. Äh, nicht so wirklich was. Und das war's. Zeig mir raus. Ich brauche mal das da. Dann macht das mehr Wumms. Sehr schön. Jetzt sind wir noch stärker geworden. Das ist auch schön. Geil. Okay, cool. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Äh, was kannst du noch tun? Okay, wir haben nicht kein Gold. Hm. Und das haben wir auch noch nicht. Feuerwaffen 4. Okay, das war's. Aber eine bessere Pistole. Immerhin. Okay, das hätten wir. Äh, okay. Da wäre noch eine Kiste. Wäre aber 90, glaube ich. Hm. Ansonsten, Double Jacks Turm. Da ist ja noch eine Kiste. So. Das habe ich nicht vergessen. Aber die anderen schon. So, das hätten wir. Wir haben einen Krummsebel. Aha. Ring des Diebes. Hm. Okay. Leider zu schwach. Na, Jack, was geht ab? Da habe ich endlich Ruhe. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt war ich da und jetzt bin ich wieder weg. Okay, ja. Lassen wir ihm seine Ruhe. Gut. Äh, haben wir hier noch einen Trank? Trank des Diebes. Tö, 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 tö. Nee, haben wir nicht. Okay. Da muss die Truhe da warten. So, da können wir noch nichts tun. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Hm. Okay, machen wir hier weiter. Da haben wir noch so einiges offen. So. So.